Hallo Herr Braun, was steckt hinter KDP on Demand? KDP on Demand ist eine Dienstleistungsphilosophie, die wir eigentlich genau schon so in den anderen Produktbereichen, die wir in der Plastiksystemtechnik abdecken, anbieten, wie zum Beispiel im Kennzeichnungsbereich. Da haben wir ein Dienstleistungszentrum, das wir seit Ende der 90er Jahre betreiben. Hier wird absolut kundenspezifisch Kennzeichnungsschilder gefertigt. Im Bereich der Energieführungsketten ist jede Kette, die vom Kunde angefragt wird, ein kundenspezifisches Projekt, da jede Kette einzigartig ist und eigentlich nie dieselbe zweimal gebaut wird. Im Bereich der Robotik haben wir dasselbe Thema mit den Schlauchpaketen. Hier wird jedes Schlauchpaket absolut kundenspezifisch ausgelegt und dadurch ist es nur konsequent, dass wir es im Bereich der Kabeldurchführungssysteme genauso anbieten, dass wir sagen, kundenspezifische Fertigung und das möglichst in kleinen Stückzahlen. Welchen Mehrwert bietet diese Lösung für Ihre Kunden? Der Mehrwert steckt darin, dass man sagt, der Kunde kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Das bedeutet, er muss sich nicht mehr mit Suchen von Standardlösungen auseinandersetzen und da eigentlich unnötig Zeit verschwenden, sondern er überlässt das Konstruieren und die Auslegung demjenigen, der sich damit beschäftigt. Das ist in dem Fall die Moorplastik-Systemtechnik und er kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Damit hat er mehr Zeit für sein Engineering. Das schlägt sich sicherlich in einen stolzen Preis nieder. Überhaupt nicht. Es ist so, dass wir es hinbekommen haben, schon ab Kleinstückzahlen, das heißt ab fünf Stück, seriennahe Preise zu erzielen. Und seriennahe Preise in dem Fall bedeutet, dass wir Preise anbieten können, die den entsprechenden Produkten aus dem Katalog, also das heißt Serienprodukten, entsprechen. Wird damit die Standardkabeldurchführung völlig überflüssig? Überhaupt nicht. Unsere Kabeldurchführung on demand ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man sagt, man hat kundenspezifische Lösungen, die sich auch jederzeit ändern können. In Serienmaschinen, wo ich sage, ich brauche mehrere hundert oder auch mehrere tausend Teile und da habe ich ein Serienprodukt, das genau passt. Dafür ist die KDP on demand nicht gedacht und auch nicht konkurrenzfähig. Danke Herr Braun. Danke Herr Schneider. Danke. Danke. Danke.